Ab Sonntag wird eine Legende wahr. Der Sucher ist ein Held, der in Zeiten der Not und des Leidens auftaucht. Ein Held, der seine Bestimmung findet. Eine Gefährtin, die für ihre Hoffnung kämpft. Zwei Auserwählte, die gegen die Macht des Bösen antreten. Legend of the Seeker, das Schwert der Wahrheit. Ab Sonntag, 16.30 Uhr, ProSieben.